Hebamme zu werden war für mich vor vielen Jahren eine bewusste Entscheidung, Frauen oder Paare durch das Abenteuer Geburt ihres Lebens zu begleiten, zu bestärken und das Vertrauen in ihren Körper zu fördern, der ja bestens auf dieses Abenteuer vorbereitet ist, ist für mich auch nach vielen Jahren immer noch eine wunderbare und mich völlig erfüllende Arbeit. Ich habe hier vor knapp zwei Jahren meine Ausbildung zur Hebamme beendet und bin hier auch direkt übernommen worden an der Uni Klinik Bonn. Das hatte für mich den Vorteil, dass ich das Haus schon gut kannte und die Abläufe auch und das Gute ist, dass ich hier im Team auch direkt gut eingebunden worden bin. Es sind immer erfahrene Hebammen an meiner Seite im Dienst, auf die man zurückgreifen kann, wenn man nicht unbedingt weiß, wie man weitermachen soll. Ich kann das nur empfehlen, gerade als Berufseinsteiger auch in dem Betrieb zu bleiben, wo man gelernt hat, weil man sich dann wirklich auch auf die Hebammenarbeit an sich konzentrieren kann und nicht erst mal darauf, sich in die Abläufe einzufinden. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und würde das gerne weiterempfehlen. Ich studiere seit einem Jahr Hebammenkunde und genieße dabei von meinem Arbeitgeber die vollste Unterstützung in sowohl in der Dienstplangestaltung als auch in finanzieller Hinsicht. Die Kombination, aufs Studium und in der Praxis hier zu arbeiten, ist für mich absolut horizonterweiternd. Als Universitätsklinikum sind wir spezialisiert auf die Betreuung von Risikoschwangeren und Gebärdenden. Vor zehn Jahren haben wir unser Spektrum erweitert mit der Einführung eines hebammengeleiteten Kreißsaals. Hier haben wir Hebammen die Möglichkeit, unter Durchführung originärer Hebammenhilfe eigenverantwortlich normal verlaufende Geburten zu betreuen. Ich halte dies für ein einzigartiges Arbeitsspektrum in unserem Beruf. Mein Name ist Karin Ballert, ich bin die leitende Hebamme, arbeite hier im Kreißsaal. Wir sind ein Team aus 22 Hebammen, bilden aus, haben 45 Schülerinnen, arbeiten in einem Dreischichtsystem, also Früh-, Spät- und Nachtdienst, betreuen im Moment ca. 2300 Geburten im Jahr, arbeiten im Moment noch in vier Kreißsaalen, ziehen bald um in einen neuen Kreißsaal, suchen Hebammen und freuen uns auf deine Bewerbung. Musik 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 Vielen Dank.